Hallo, mein Name ist Luke und herzlich willkommen zu Angry B... D... Äh... Das Spiel, was wir heute spielen, heißt Angry Deuce. Das ist Angry Birds in MLG tatsächlich. Wir können hier links einfach mal auf Angry Deuce draufklicken, dann hier auf die 1 und dann sind wir... Ich werd nicht mehr. Wir können jetzt hier diese Mountain Dew Shit Sachen nehmen und die hier hinten in das Gebäude reinbrettern. Ich hab's doch schon geschafft, Mann. Ich weiß nicht, ich... Ah, nee, ich muss diese komischen Dreiecke hier abschießen. Go Mountain Dew, you can make it! Jetzt sind wir auch schon im Level 2 und können jetzt im Level 2... Übrigens, sorry, falls es mit dem Ton total behämmert ist, aber ich kann den Sound von dem Spiel nicht abstellen und kann deswegen auch keine Hintergrundmusik hinterpacken und das ist alles... Es tut mir leid, aber das ganze Video ist crap. Ich schieß hier unten jetzt einfach mal die Laserschwerter weg. Wow, klasse. Ich hatte übrigens selber mal ein Laserschwert, dann hab ich's kaputt zerbrochen. SK Zockt war hier, das ist ein YouTube-Kumpel von mir und wir haben gedacht, hey, kann man das kaputt machen? Und ja, man kann es kaputt machen. Das ist eine andere Geschichte. Ich mach jetzt erstmal hier ein bisschen, äh, ne? Oh mein Gott, ein Triple! Snoop Dog gefällt's auf jeden Fall auch und wir haben... ...schon wieder gewonnen! Bald kommt jetzt sogar ein Angry Birds Film in die Kinos, hab ich gelesen. Das ist ja auch krass. Komm, ey, Digga! Warum nimmst du denn nicht das Dreieck da mit, Mann? Erstmal nach ganz hinten, um die da hinten wegzuklatschen. Warum geht das hier nicht kaputt, Mann? Einfach komplett nach hinten. So, dann haben wir den schon mal. Trickshot confirmed. Was ist das hier für eine Scheiße, Mann? Und den mach ich jetzt Trickshot über die Decke. Ich kann sowas richtig gut. Kann ich den Baum da irgendwie abschießen? Nein, das geht definitiv nicht. Ich hab doch alle getötet, meine Fresse! Hallo, YouTube! Falls Leute von euch da... Oh, das ist doch nicht wahr! Falls Leute von euch dieses Video sehen sollten, bitte sperrt es nicht. Oh, als ob das da schon wieder drauf fliegt, Mann! Jetzt schaff ich's. So. Ich hab's geschafft! Ich hoffe, dass das Video von YouTube... Oh Gott, das hier sieht aus wie ein Master-Level. Ich hoffe, dass das Video von YouTube aufgrund der Mucke nicht gesperrt wird. Falls es das doch wird, dann... Oh mein Gott, macht noch mehr Einblendungen, Alter. Wir sind jetzt beim Master-Level. Ich weiß nicht, ob das jetzt besonders schwer ist oder ob ich das einfach wieder mit meinem kompletten Skill hier... ...schon wieder gewonnen. Das Spiel... Ich bin einfach zu gut. Ich hab halt ein bisschen Angst, dass es gesperrt wird wegen der Musik. Ähm, deswegen... Oh mein Gott, wir müssen Internet-Explorer töten. Wenn das Video also nicht mehr da ist, seht ihr es eh gerade nicht. Wieso sind die nicht tot? Okay, ich hab jetzt, glaub ich, irgendeinen besonderen Vogel. Ich probier's mal irgendwie. Äh. Komm. Ah, er ist auch tot. Ich glaube, ich kann mit diesem Vogel schießen. Ich weiß es allerdings nicht genau. Ich probier mal. Es geht definitiv nicht. Jetzt auf den Internet-Explorer drauf. Wieso geht denn der nicht kaputt, Mann? Kann sein, dass man den Internet-Explorer einfach nicht töten kann, weil der einfach auch so totales Kack... Oh mein Gott, nein. Was ein Crap. Ich mach jetzt mal ne andere Taktik und mach erstmal den hier unten irgendwie kaputt. Jetzt rollt die Mountain-Dufler... Naja, komm, Snoop Dogg. Jetzt hab ich den hier noch kaputt gemacht. Und jetzt gleich nehm ich nämlich den Internet-Explorer weg und das Illuminaten-Dreieck, in dem ich so schieße. Der Internet-Explorer geht einfach nicht kaputt. Komm, Digga. Wo fliegt der denn hin? Ich habe zwei auf einmal getötet. Der Internet-Explorer ist weg und das Dreieck. Das heißt, ich habe jetzt die Chance, hier den hier... Bam, so, jetzt ist der noch weg. You can do it, Vogel. Come on, come on. Nein. Nein. Zwei auf einmal wieder weg. Wir haben nur noch diese beiden Dreiecke. Alter, das muss jetzt klappen. Das erste Dreieck ist weg. Und jetzt nehmen wir den blauen Vogel oder Sonic oder Sonic oder wer das auch immer ist und nehmen diesen Vogel und schießen das zweite Dreieck ab. Oh Gott, yeah. Wir sind eigentlich echt ganz... Oh mein Gott, wir haben eine Nuklear-Rakete. Ist die gerade explodiert? Ich mache wieder eine Taktik. Die war spitze. Ich habe nur noch eine Flasche Mountain Dew und haue die jetzt da oben gegen, sodass die genau da und jetzt das auch irgendwie das... Nur noch das Ranfblatt ist übrig. Ich haue die Rakete diesmal direkt da oben gegen, sodass sie direkt nach unten fliegt. Und jetzt... Geschafft. Ich sage doch, das Spiel kann nichts gegen mich machen. Level 9 ist jetzt einfach mal hier das letzte Level, weil das Video schon sehr lang geht, weil ich so viele Versuche gebrauche. Habe ich wieder alle auf einmal getötet? Ich haue jetzt mal einfach noch das Geld hier oben um. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch irgendwie töte. Oh mein Gott, als ob ich die alle töten muss, Mann. Das ist die letzte Flasche Mountain Dew, die ich heute abschießen werde. Ey, das Level ist unmöglich, ohne Spaß. Ich beende das Video an dieser Stelle, weil ich ultra müde bin. Man sieht mir, glaube ich, die Augenringe echt schon an. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Falls ihr mehr von solchen Behinderten Spielen haben wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.